So, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft Dragonflight, Version ist die 10.0.2 und wir sind hier gerade in Teil Drassos auf den Dracheninseln in der Hauptstadt Waldracken. Wir sind hier oben, wo die ganzen Aspekte sind und bei Hauptmann Drine helft Irima den Zwischenfall im untersten Stockwerk des Sitzes der Aspekte zu untersuchen. Chaos und Aufruhr, na da bin ich hell gespannt. Das war bestimmt nichts, ja, na dann sind wir mal gespannt, was das war oder nicht war. Genau, wir benutzen hier den Teleporter. Und hier in der Ecke scheint wohl jemand zu sein, ach hier. Ich kann euch nicht folgen, wenn ihr alle gleichzeitig sprecht. So, Drine hat mich geschickt, sie sagte, es gebe ein Aufruhr. Ja. Sie sind davon gerannt, aha. Angefangen bei dem Stein. Okay, hier ist ein Stein. Untersuchen. Inaktiver Ruhnstein. Nicht anfassen. Könntet uns alle umbringen. Na dann erzähl du doch mal. Wir dienen wieder. Es ist es. Was ist das? Es ist nicht nur ein Stein. Dieser Ruhnstein stinkt nach der Magie der Primalisten. Jetzt habe ich ja in Rebell versucht, ihn zu aktivieren. Wir hielten ihn auf, auch wenn es schwierig war. Eventuell hat er während der Auseinandersetzung etwas fallen lassen. Okay, jetzt muss ich nachher vorne hin, weil da leuchtet irgendwie fallen gelassene Seite. Da vorne. So, einsammeln. Jetzt kommt wieder was. Ich bin überzeugt, die Rebellen stecken dahinter. Das ist keine große Überraschung. Also, was habt ihr da? Genau, jetzt haben wir hier diese Karte des Saboteurs hier von Chaos und Aufruhr. Damit haben wir die Quest erstmal Chaos und Aufruhr abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet gerne auf meinen Twitch-Kanal. Der ist hier verlinkt auf dem YouTube. Und ansonsten lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschaui.